Herzlich Willkommen zu einem neuen Glanty. Partyspiel bei Let's Shock und zwar Stock und Stein. Ja, also man hat eine Axt, was man noch so hat, weiß ich jetzt gar nicht. Zumindest irgendwelche Gegenstände, mit denen man die Gegner vernichten sollte. Puh, also ich habe es noch nie gespielt. Deswegen bin ich jetzt auch erstmal sehr gespannt, wie das Ganze aussieht. Ja, wenn man jemanden mit der Axt erwischt, dann fallen denen seine Punkte auf 0, glaube ich. Aber ich will jetzt hier auch nichts Falsches erzählen. Deswegen spiele ich jetzt erstmal eine Runde und gucke mir das Ganze mal an, wie das so funktioniert. So, na dann los. Let's go. Hi Jacket, internationale Gewässer, Stock und Stein. Ah, also man hat hier einen Pfeil und Bogen. Also nicht Pfeil, also einen Bogen mit Sprengstoff und Messer. Cool. Und, was haben wir noch? Wartet mal. Wie kriege ich denn die Axt? Ich hätte gerne mal die Axt gesehen. Ha, da habe ich mich selber ausgeschaltet. Aber ich dachte, ich kriege den anderen. Hm, ist eigentlich sehr komisch, dass er mich kriegt. Dass mich meine eigene, ähm, Sprengstoff Munition kriegt. Aber, aber, die D nicht. Hm. Ah. Okay. So geht das Ganze. Okay, ich hau jetzt erstmal ab. Zack. Fuck. Ha. Nahkampf. Sieg. Obwohl ich im Nahkampf eigentlich gar nicht gut bin. Fuck. Schade. Okay, wie viel Leben gibt's denn? Gar keine. Es geht nach Zeit, das ist schön. Mal was Gutes hier. Na, komm her, Bubi. Komm her. Ah, komm her. Shit. Das gibt's nicht, ey. Schade. Ah, Mist. Ah, Mann. Ja. Getroffen. Getroffen. Und erstochen. Und noch einer. Sehr schön. So, jetzt werfen wir einen mal mit der Axt ab. Oder auch nicht. Komm schon, kein Money mehr. Oh. Fuck, ey. Voll in den Kopf. Alter, das macht auch Spaß. Oh, Mist. Schade. Erstmal kurz nachladen. Ha. Komm schon. Fuck. Schade. Nein, jetzt hat er mich in den Kopf geschossen. Man sollte natürlich versuchen, den irgendwie, ähm, an den Körper zu schießen. Also den Sprengstoff. Tschüssi. So. Angriff. Jetzt werden wir erstmal ein paar Leute wieder messern. Ei, 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 ei. Scheiße. Ach, Mist. Ach, komm. Gleich nochmal hier. Zack. Wo ist der Nächste? Da ist er doch. Komm her. Oh, von hinten. Das war sowas von klar. Dass der das macht. Ei, ei, ei. So. Mist. Ich dachte, ich hab ihn an seinen Körper getroffen. Aber anscheinend nicht. Zack. An Körper. Ja. Sehr schön. So macht man sie fertig. Oh, oh. Na, wo ist er? Komm her. Ja, Nummer eins. Shit. Da hat er mich. Da hat er mich. Am Arsch. Fuck, ey. Wo sind... Ei, ei, ei. Du Penner, verschwinde. Oh. Alter Schwede. Die Zeit ist fast um. Alter, das macht richtig Gaudi irgendwie. Zack, an Körper. Wunderbar. Mist. Der hat mich wirklich gedemütigt. Jetzt werde ich ihn töten. Nein. Einen Schuss habe ich noch. Nein, doch nicht. Mist, die Zeit läuft ab. Ach, Mensch. Schade. Macht aber richtig Gaudi, Leute. So, naja, okay. Dann sehen wir uns bei der nächsten Folge. Ciao. Zack. Und, ja, wie gesagt. Ciao.